Was geht ab, Leute? Alter, ohne Scheiß. Ja, Leute, ich bin hier, wie gesagt, in Oraniburg angekommen. Es ist, ja, es ist jetzt, es ist warm, wie gesagt so. Man kann auf jeden Fall in einem Trägerschild rumlaufen. Aber es ist nicht so, dass die Sonne jetzt auf der Haut brennt oder so. Weil die Sonne noch gar nicht da ist irgendwie. Also zumindest da oben, aber da sind Wolken vor. Und, ja, wie gesagt, heute ist eigentlich nur Gammeltag, angesagt und so. Mit meinen Eltern im Garten, ab 13 Uhr soll es gut werden. Wir haben es jetzt 11 Uhr und das ist jetzt gerade ein aktuelles Video, wo ich jetzt gerade bin. Und ich werde jetzt mit meinen Eltern in den Garten heute wirklich die ganze Zeit nur gammeln. Und wenn um 13 Uhr das Wetter richtig knackig wird, werde ich in den Pool springen und werde euch daran teilhaben, wie ich mir schön das geile, kalte Poolwasser einfach nur auf meinen schönen, geilen Körper einmassiere. Natürlich nicht. Auf jeden Fall werde ich ein bisschen filmen. Und da habe ich mir gedacht, dass ihr eigentlich immer gleich live aktuell dabei seid, was ich so treibe. Da dachte ich mir einfach so, werde ich das immer gleich hochladen. Also, ja, schaut einfach ab und zu mal heute vorbei. Und ihr werdet ab und zu mal ein paar kleine hässliche Videos von mir sehen. Bis dahin einfach mal genießt die Landschaft. Bis dahin bin ich erschissen. Tschüss.